Hallo, mein Name ist Roy Hessing und ich arbeite als Fotograf im Museum für Abgüse klassische Bildwerke am Königsplatz in München. Ich habe letztes Jahr ein Fotobuch gemacht über Bewegungsfotografie mit ganz vielen tollen Sportlern, Tänzer, Dervische und auch Aufnahmen von Pflanzensamen in Bewegung. Diese Bilder, die in diesem Buch zu sehen sind, die möchte ich auch gerne vergrößern und hier im Museum ausstellen. Ich habe die Möglichkeit, diese Bilder in den Monaten November und Dezember hier auszustellen, in diese wunderbaren Räume. Hier hinter sieht man auch ein Foto, das ich in dieser Ausstellung auch hängen habe. Für diese Ausstellung brauche ich 4.500 Euro und ich spreche euch alle an als möglicher Unterstützer für dieses Projekt, was ich auch deswegen bei Startnext gestartet habe, um an diese 4.500 Euro zu kommen. Wenn ihr mein Projekt unterstützen möchtet, dann gibt es einige Fotos aus dem Buch zum Beispiel, die ihr als Dankeschön bekommt. Hier ist nochmal das Buch mit Kauf und Kaufus vorne drauf, der Kontaktjungleur. Im Buch sind dann auch viele andere Fotos zu sehen, die man auch auf der Website bei Startnext sehen kann. Diese 4.500 Euro kann man zusammenbringen, alle zusammen, von 10 Euro bis 950 Euro. Für diese 950 Euro kriegt man dann eine riesen Vergrößerung auf Aludibond aufgezogen, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Es gibt natürlich auch günstigere, für 150 Euro kann man schon einige Fotos aus Serie erwerben und dann als Dankeschön bekommen. Dieses Geld, was damit zusammenkommt bei Startnext, das ist ohne Risiko, wenn das Endziel, diese 4.500 Euro nicht erreicht wird, dann kriegt ihr mit Sicherheit euer Geld zurück und leider kann der Ausstellung dann nicht stattfinden. Wir gehen da natürlich von aus, dass die 4.500 Euro zusammenkommen, dank eurer toller Unterstützung und dann gibt es im November und Dezember eine wunderbare Ausstellung. Derwische werden hier auch einen Auftritt machen, nicht während der Vernissage, aber irgendwo mittendrin im November. Ja, ich hoffe, es passt alles. Ihr macht mit und dann machen wir was Schönes zusammen. Dankeschön.